Ich habe vorhin das zum ersten Mal die Oculus Touch ausprobiert, also quasi das, was HTC Vive mit ihren beiliegenden Kontrollern schon länger anbietet. Das wird jetzt auch bald Oculus als zuerst den Controller anbieten, soll Ende des Jahres erscheinen. Für welchen Preis, weiß man noch nicht genau, oder weiß ich zumindest nicht, konnte man mir nicht zumindest sagen. Ich habe Wilson Sword, das ist von Twisted Pixel, die unter anderem Splosion Man und Miss Splosion Man gemacht haben, angespielt. Ich kannte den Titel vorhin nicht, der scheint wohl auch irgendwie so ohne diese Touchdinger zu funktionieren, beziehungsweise der scheint wohl irgendwie schon in irgendeiner Art und Weise erschienen zu sein. Ist so eine Art, ja, ist es so ein Horrorspiel aus der Ego-Perspektive, man wacht irgendwie auf in so einer Anstalt, hat dann solche Handschellen quasi um und die muss man sich dann erstmal abmachen. Und das war ein sehr faszinierendes Spielerleben, muss ich sagen, da sich das ziemlich echt angefühlt hat und auch das Tracking sehr, sehr gut funktioniert hatte. Was mir besonders aufgefallen ist, normalerweise bei der Oculus wird ja eine Kamera mitgeliefert, hier wurden zwei genutzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwingend notwendig ist, damit die Positionserkennung wahrscheinlich dann funktioniert. Das wird wahrscheinlich auch so sein, das ist ja dann ähnlich wie die Würfel bei HTC Vive und die erkennen dann auch insofern, wo man sich dann auffällt. Soweit ich allerdings weiß, ist das jetzt nicht so weitflächig, dass man sich so weit bewegen kann. Ich stand auf so einem Quadrat und sollte mich daraufhin in diesem Bereich bewegen. Wie das ausschaut, ob man da sich jetzt noch größer in die Dimension bewegen kann, weiß ich jetzt insofern nicht. Das Spiel war ganz interessant, schwarz-weiß alles gehalten. Es waren einige Scary Moments mit dabei, Jumpscares, klassische, aber es war sehr faszinierend, auch wo man sich dann gerade, man war im Bad gewesen und hat dann auf einmal sich selbst im Spiegel gesehen, aber man war ja die Spielfigur und man sah halt anders aus und konnte die Hände bewegen und das war schon echt ein faszinierendes Spielerlebnis. Da muss ich sagen, bei solchen Geschichten würde ich schon eher auf VR soweit zugreifen, beziehungsweise mir so etwas dann zulegen wollen. Das ist schon etwas ganz anderes, als wenn man nur statisch insofern sitzt. Ich glaube, dass dort Oculus da halt groß was mitmachen kann. Es ist halt nur die Frage, wie teuer wird das Ganze sein, gerade auch als zusätzliches Zubehör für die Leute, die schon Oculus haben und wie sieht das dann aus, wie sich das in Zukunft verhält für Consumer mit dem preislichen Ausjahr. Also da auf jeden Fall nur Daumen hoch, kann ich nur empfehlen und ich bin gespannt, was es da noch weiter gibt, ob wir noch weiteres im Sinne von VR sehen werden. Ansonsten bin ich ein bisschen gesättigt und mir ist auch schon ein klein wenig schwimmlich und übel. In diesem Sinne, das war es von mir. Wir hören und sehen uns wieder. Adios Amigos. Ciao, ciao. Und tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.